Das war für euch, Rocco! Ja! So, an dieser Stelle, bevor wir unseren letzten Gast-Hitger Heulenacht ankündigen, wir haben ja noch ein bisschen bis um 5 Uhr, würde ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr Heulenacht alle hierher gekommen seid zu dieser Party, zum Einfeiern ins Wochenende mit World Cup to the Club mit Sancho live und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im Jahre 2011 wieder, wenn wir mit World Cup to the Club hierher kommen in den Prater und ich sag Dankeschön, dass ihr alle hier wart und jetzt gibt's nochmal richtig coolen Sound hinten raus, wir sind live und eher bis um 5 Uhr. Hier ist vor euch von Degrees, Timo! Eben Spass! Eben Spass! Ja, sehr gut! 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 Ja, sehr gut!